Hallo und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute geht es kurz um diese süße Hunderasse, die man gerade auf dem Bildschirm sieht, und zwar den Mops. Er sieht zwar süß und lieb aus, ist jedoch eine Qualzucht. Das merkt man aufgrund der Nase. In der Geschichte wurde der Mops zum Beispiel öfters als Gott oder höheres Wesen verehrt. Wikipedia-Eindruck findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich persönlich mag es auch recht, weil die sind einfach zuckerzuckersüß mit dem schönen Ringelschwinzchen. Und meiner Ansicht nach sind das einfach Hunde, die nicht lange leben, aber dafür sind sie auf der anderen Seite noch sehr, sehr robust. Neigen jedoch zur Kniescheibenluxation und zu entzündete Atemwege aufgrund der Nase der Eingedäpsten. Und nein, sie sind nicht mit der Bulldogge verwandt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Das nächste Video kommt dann am Samstag. Bleibt's cool und gesund. Über ein Abo, eure Kommentare und natürlich wie immer ein Like, würde ich mich sehr freuen. Führt euch und nicht vergessen, liebe Leute, nicht rauchen, euer Mike.